Willkommen zurück bei The Evil Within. Wir haben kaum irgendwas. Wir haben kaum irgendwas. Ist Laura jetzt endlich tot? Ich meine sie hat im besten Fall zwei Arme verloren, aber tot noch nicht? Muss ich da noch? Oh. Hä? Ja, ich muss... Ah, alright. Dass ich dich jetzt gleich bekämpfe? Okay, da gibt es keine Verbindung. Ähm, dafür bräuchte ich... Also wenn ich dich jetzt gleich bekämpfen muss, dann müsst ihr mir aber sowas von viel Munition geben, gerade mal. Also, ernsthaft. Dann brauche ich richtig viel Munition. Ich nehme mir nicht an, dass ich diese Küsten... Oh, okay. Oh, okay. Ich muss da nicht rauskommen, okay. Whatever. Ähm, wesentlich mehr Muni. Werden... Äh... Kommt von der anderen Seite, oder was? Ihr werdet mich ja wohl nicht hier mitten in diesen Gängen hier irgendwie... ...gegen ihn kämpfen lassen, oder doch? Wie viel im Parkhaus? Oder war das das hier? Äh, ehrlich. Muss ich jetzt wieder rückwärts rein? Verdammt! Und was bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Okay. Okay. And it's boss time. Ähm. Auge. Okay. I'll tell you. Was ich gerade sagte. Dann habe ich nicht. Keine Zeit. Ich möchte mich auch nur rennen. I don't know. Okay. Rennen scheint auch nicht so gut zu sein. Rennen scheint auch nicht so gut zu sein. Ich muss mal ganz kurz ausruhen, weil... Ich muss mal ganz kurz ausruhen, weil... Andernfalls kann ich nicht mehr schnell rennen. So, wie ich es wollte. Haha. Ähm. So, guck mal her. Was soll ich denn gegen dich tun, Mann? Was soll ich denn gegen dich tun, Mann? Vielleicht draußen, vielleicht weg. Ja. 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 Ich finde es so toll Kann ich für immer sicher bleiben? Nein, kann ich nicht Das ist so schrecklich Was erwartet ihr von mir? Als ernst gemeinte Frage, was erwartet ihr von mir? Ich habe keine Ahnung, was sie von mir erwarten. Ich habe keine Ahnung. Das ist so cool. Das ist so cool. Okay. Da ist das Auge drin Vielleicht werde ich das Auge nicht sehen Könnte zuerst mit die Farbe raus Ich habe mich jetzt nicht verloren Ich habe mich jetzt nicht verloren Ähm Ich nehme an der ist jetzt hier rechts oder? Ja Die sucht mich Ich bin tatsächlich verloren Die sucht mich Die sucht mich Die sucht mich Ich bin tatsächlich Oh, hier vorne. Oh, ich hab dein Auge zu öffnen. Okay. Okay. Ja, ist okay. Du musst kurz die Google-Namen bitte. Ohne Dankeschön. Ich kriege ja auch ganz gute Granaten. Was ist denn da hier? Naja, was ist mit dem Ausweichen? Haben wir schon besprochen. Das ist aber nicht funktionierend. Was ist mit dem Ausweichen? Was ist mit dem Ausweichen? Oh, ich hab einen Kopf abgeschossen. Ja, pfff, äh, you know. Was ist mit dem Ashley? Was ist mit Kleine Ahnung, herauszuziehen, was vielleicht durch verschiedene Körper... Bist du mich jetzt entzelt? Ja, okay. Nevermind. Ähm... I have no idea. Ich möchte mal sogar behaupten, ich habe mich gar nicht mehr so schlecht angestellt, oder? Oh, das... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich seh dich nicht. Und jetzt... Oh, shit. Oh, shit. Ah, keine Ahnung, was ich jetzt... Ich darf jetzt nicht mehr zu nah annehmen, glaube ich. Aber ich war in der Sackgasse Herzlichen Glückwunsch So groß ist das Parkhaus nicht Okay, äh, zwei Phasen Ja, ich weiß, wie Phase 1 geht Das ist ein Joke Oh, da bin ich Oh, da bin ich Oh, da bin ich Oh, da bin ich Das ist so großartig Ah Ah, guck mal, Surprise Sag mal, wo kommst du? Oh, da ist auch noch Oh, da ist auch noch Was für noch mal bestellen Was für noch mal bestellen Oh, da ist was ich Ach, da ist auch noch Oh, da ist auch wieder Oh, da ist auch noch Oh, da ist auch noch Ach, mein Gott. Munition, alle? Ja, du, ich hab auch die Waffe gewechselt, eigentlich. Oh, komm, so. Oh, cool, noch. Wir sind hier. Oh, shit, das geht ja. Da ist durch Auffassung, aber jetzt kann ich theoretisch... Er kann mich hier spawnen. He? Ich... Alright, alles klar. Hm, 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 hm. Ja, ne, 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 ne. Was soll ich denn seiner Meinung nach da tun? Hm? Ich versteh's. Ich glaub, ich versteh den Boss komplett nicht. Interess mich. Äh, tsch... Spielst du, mich zu töten, oder wie darf ich das verstehen? Danke. Ähm... Ich hab viel zu wenig Muni. Ja, da liegt überall Muni rum, aber wenn ich Muni aufhebe, krieg ich schon jedes Mal Schaden. Weil... wütend ist ja einfach. Ja... W". W.: 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 Aber ich will jetzt den Raum noch nicht benutzen, ja. Hey, dude. Okay. Okay. Oh, ja. Okay, jetzt könnte ich den Raum brauchen. Hm, genau. Gut. Alles klar. So, die nächsten drei Parts sind dann wohl... ...er. ... 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 So, er flippt. Wechseln. Äh, wechseln. Und jetzt auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Frier. Ein. So. Ein. Ein. Wechseln. Einfrieren. 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 Oh ja. Oh ja. Ist tot. Nein. Doch. Das Auge habe ich kaputt geschossen. Das Auge ist tot, aber ich weiß halt nicht. Das Problem ist, ich habe das Auge kaputt gemacht, aber worauf muss ich jetzt noch schießen? Da ist es wieder. Ist es jetzt vorbei? Und jetzt geht das Exit auf? Ernsthaft? Wenn es jetzt Pling macht? Natürlich. Ähm, der Boss-Freiheit war Bullshit. Zwar. Okay. Immerhin kriege ich für den Bullshit Belohnung. Aber, ähm, das war einfach nur... Ich habe das mit dem... Also irgendwie... Also irgendwie... Ähm... So. Ich kriege ein paar Spritzen. Das Problem ist, ähm... Egal, wohinter ich mich versteckt habe. Egal, ob Säulen oder sonst was. Der hat die einfach auf mich geworfen. Ähm... Also der ist einfach zu auf mich zugelaufen gekommen, hat das Ding umgeklippt und auf mich geworfen. Mehrfach. Ähm... Dementsprechend... Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Klar, man kann sich hier total toll verstecken. Ähm... Nicht. Komm. Ich... Hier ist kein... Aber man hätte sich unter Autos verstecken können. Warum? Inwiefern? Was soll das helfen? Egal. Egal. Whatever. Er ist besiegt. Ähm... Das ist erstmal die Hauptsache. Ähm... Aber wenn der einmal einen gesehen hat, dann ist es doch... Naja. Naja. What? Das einzig Gute ist jetzt nach dem Kampf habe ich tatsächlich mehr Ressourcen als vor dem Kampf. Ähm... Mehr Video. Okay. Wir laden einmal kurz alles durch. Naja, okay. Mehr... Ich... Naja. Hältchengranz. Das ist okay. Reicht. Das mit den Eisbolzen war Gold wert. Ähm... Die Eisbolzen... Ich hab zwar jetzt... Ich hab zwar jetzt keine Ersatzteile mehr. Weil ich gerade alle Eisbolzen verschossen habe. Aber die Eisbolzen waren tatsächlich gerade Gold wert. Um dieses Auge da zu treffen. Ja. Das war ein beschissenes Kapitel. Und... Ich weiß gleich nicht mehr. Tududududu. Machen wir das letzte Mal gespeichert. Machen wir das letzte Mal gespeichert. 8, 58, 9, 26. Ja. Das war's mit dem Part. Ich sag, was wir in diesem Part für Schlussrede ist. Euer Hedi. Ich sag, was wir in diesem Part für Schlussrede ist. Ich sag, was wir in diesem Part für Schlussrede ist.